So, ich habe gerade die integrative Kindertagesstätte Arche Noa hier in Germersheim besucht, um mit den Verantwortlichen über das Thema Freiwilligendienst zu diskutieren. Hochinteressant, weil wir im Sommer die große Diskussion zum Thema Dienstpflicht, Wehrpflicht, whatever hatten. Die Kolleginnen und Kollegen hier haben sich ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir den Freiwilligendienst stärken, dafür sorgen, dass die Vergütung besser wird, dass wir eine bessere Organisation bekommen, dass Menschen besser darüber informiert werden, was man denn hier alles so machen kann. Und ich kann nur sagen, tolle Einrichtungen, tolle Leute, viele Grüße aus der Südpfalz in die Welt hinaus.